Hallihallo Freunde, jetzt willkommen zu Kirby Nightmare in Dreamland. Juh, heute geht es weiter nochmal mit den Geheimwegen. Ich habe ja noch ein paar verpasst hier und zumindest den einen, äh, ich weiß jetzt auch, wie ich ihn bekomme. Freunde, der ist richtig hart versteckt, meiner Meinung nach. Also ich finde ihn, äh, der ist zu hart versteckt. Also ich wäre darauf nicht gekommen, niemals in diesem Leben. Also, ne, also da bin ich kein richtiger Kirby-Fan, der da sowas ahnt. Glaub mir, Freunde, das ist zu hart. So, und jetzt geht es aber erstmal weiter in den O-Saft-Ozean. Nee, oh, verdammt. Den O-Saft-Ozean, den letzten Dings holen hier, äh, wow, wow. Verdammt, den letzten Dings hier, äh, na, den letzten Geheimweg. Und dann geht es in Aurora-Allee weiter, dann findet uns nur noch in Aurora-Allee alles. Und dann haben wir hier in Aurora-Allee auch alles komplett. Oh, verdammt, geh weg. Ja, genau, gib mir deine Nüsten aus deiner Tasche. Danke, hey, daneben. Ich habe seinen Hoden daneben geworfen. Verdammt. Wow, wow. Hier jetzt aber. So, den Hammer brauche ich. Oh, Freunde, ja, ja, ja. Und hier muss ich erstmal hochgehen. Wow. Stirb erstmal. Ey, verdammt. Nein, komm her. Danke. Hammer Time. Zack. Ja, und ich muss, habe, ich habe schon 87%, Freunde. 87% des Spiels habe ich schon fertig. Ähm, mehr als in meiner alte Datei. So. Hier unten. Seht ihr dieses kleine Loch genau vor Kirby's Schnauze? Ah, da muss ich rein. Wie krass ist das denn? Jupp. Nein, ich wollte die Fähigkeit wegwerfen. Jetzt brauche ich den Hammer erstmal nicht mehr. So. So, das brauche ich auch nicht. Wow, wow, wow. Dich einsammeln. Danke. Jetzt muss ich aber erstmal zurückkommen, ne? Ach ja, hier durch. Ah, gut. Freunde, das ist aber oberkrass, ne? Weil sonst... Äh, warte, warte, warte. So. Zing. Wow, wow, wow. Zing, zing. Ach, da muss ich mich ganz schnell beeilen. Ach ja, so war das. Zing, zing. Na, gut geschafft. Oh, ganz knapp. So, jetzt haben wir endlich den letzten Geheimschalter, Freunde. Yeah. Es sind 88% jetzt. Geil. So, jetzt fühle ich mich wie Keks, so. Jetzt kann ich hier auch rausgehen. Danke. Jetzt habe ich alles. Bitte zurück. So. Jetzt habe ich in Ursaft und Ozean alles. Jetzt kann ich auch zu Aurora Allee weiterzocken, Freunde. Und weiter geht's in Welt 7, Level 3. Yeah. Ba, ba, da, ba. Ba, da, ba. Los. Okay, das schläft sowieso nicht. Da kann mir nichts antun. Außer wenn ich in ihn reinraße. Beziehungsweise reinfliege oder reinlaufe oder sonst irgendwas. So, es gibt ja hier fast in jedem Level, fast, oder ich glaube sogar in jedem, einen Geheimweg. Außer in den letzten, was wir hier gemacht haben. Ich wollte nicht schlafen. Nein, ich wollte es ausspucken, verdammt. Naja, egal. Immer nur eine Runde schloppen, ne? Yeah. Gut. Rein hier. Hier hoch oder runter. Okay, ich glaube hoch, hoch, hoch. Hier geht es im Tode. Hier renne ich im Tode. Oh geil. Dunkle? Die haben andere Farben alle. Lol. Boomerang. Gut, habe ich einen Boomerang jetzt? Wow. Verdammt, das war mir sowas von klar. Hey. Warum ist der Stern so schnell wegverschwunden? Der Stern hat gecheatet. Boah. Weg. Puh. Was? Der spawnt neu. Geh weg. Was? Die spawnen immer wieder neu. Weg, weg, weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich schiebe Panik. Oh, toll. Maxi-Tomate. Boah. Was ist das für ein ekliger Weg hier? Oh, der regt mich gerade auf. So, erstmal die Maxi-Tomate holen. Kann man hier in irgendwas reingehen? In den Stern oder so? Hier weiß man ja nie. Alter, ich rutsche hier ganz schön. Nee, hier kann man nicht reingehen. In den Stein. Hier kann man ja irgendwie in alles reingehen. Nö, nichts. Gut, dann werde ich jetzt auch erstmal zack, hier rein. Hoffentlich verpasse ich hier kein Geheimnis. Weil hier habe ich nicht weiter geguckt, weil ich musste echt extra... Dieses andere Geheimnis musste ich mal off-screen gucken, weil... Ich wäre darauf nie gekommen, Freunde. Niemals. So rein hier. Einmal durchlaufen, ne? Übers geil. Ne, das will ich nicht haben. Ich muss mich nur runterfallen lassen, ne? Oder? Yeah, cool. Wow. Okay, gar nicht gut. Toll. Hoffentlich war hier kein Geheimnis, denn hier ist schon wieder das Ende der Welt. Zack. Und... Ja, ich mache mich ziemlich gut. Ich komme mir mit 2-1 an. Geil. Ein One-Up. Yeah. Cool. Ist hier noch irgendwas gewesen? Geil, hier... Die Tür blinkt nicht mehr, dann war hier nichts. Wahnsinn, da freue ich mich ja. Oh, fühle ich mich erleichtert. Und Ball. Boing. Ey, ey, komm. Neuer Ball, neuer Ball. Nicht du. Ich möchte einen Ball. Ich möchte einen Ball. Nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Alter, was geht ab? Mann, oh, oh, oh. Viel zu viele Gegner, Freunde. Viel zu viele. Ich nehme einen Tornado. Yeah. Wow. Alter, ich will nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, ist mir egal. Bitte. Stay around. Wow. Yeah. Boom. Hier muss ich jetzt einmal kurz so machen. Zack. Jetzt kann ich einen Ball mitnehmen. Genau. Mal Ball machen und hüpfen. Yeah. 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 Und rein hier. Oh, nein. Verdammt. Ich geh da lieber nochmal rein. Wow. Was war das denn? Oh, egal, Freunde. Egal. Was soll's. Stirb. So. Jetzt nehme ich ganz schnell durch hier. Jetzt habe ich keine Fähigkeit, keine Ballfähigkeit. Kann mich nicht ablenken. So, zack. So schnell geht das hier. Ist irgendwie ein Geheimgang oder so? Oh, fliegt nicht immer so komisch. Wow. Sau. Die ist gut, die ist gut. Die will ich haben. Und burn. Yes. Burn. Yeah. Dich habe ich auch bekommen. Und dich auch. Yes. Geil. Wow. Okay, so geht's auch. Bam. 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 So. Bam. Habe ich alles. Ja. Scheint wohl, ne? Leute, die Wolke da oben sieht aus wie so ein Mond. Wie so ein Halbmond. Ein Sichelmond so. Keine Ahnung. Wow. Achso, ich habe gerade nach oben geguckt. Wow. Geil. Ich wurde irgendwie nicht getroffen. So geht's auch. Doch nicht. Schnell schlucken. Schlucken. Oh. Oh, oh Gott. Das war Glück. Freunde. Wo muss ich denn hin? Da oben ist das Ziel. Aber. Ernsthaft? Ich möchte erstmal alle Geheimnisse haben. Stirb. So. Hä? Lol. Ganz komisch. Ne. Wo ist denn hier das Geheimnis, Freunde? Was? Ich möchte nicht verlieren. Oh, toll. Habe ich auch noch selber weggespuckt. Meine Schuld. Dadadadadada. Yo. Wow. Wow. Okay. Das scheint wohl Ziel zu sein. Wenn, dann muss ich nochmal rein, Freunde. Ist ja kein Ding, oder? Oh. Daneben. Naja. Was soll's. Badadadadadadam. Yeah. Muss ich da jetzt nochmal rein? Blinkt die Tür noch? Okay. Sie blinkt nicht mehr. Echt? Keine Geheimnisse? So wenige? Cool. Ein Inferno. Durchlaufen Mich kriegt ihr nicht Mich kriegt ihr nicht Wow, vor mir Verdammt Mit denen habe ich nicht gerechnet Oh Mann Komm her, danke Warte, warte, warte Warum war ich es mir nicht einstaste? Ich kann auf die Rührung Nicht fliegen, Kirby Immer nur sprengen Achso, er springt Er fliegt immer automatisch Sofern es explodiert Naja, habe ich einmal entfernt So, einmal rein hier bitte Okay Wow, wow, wow Alter Das war eben Nur ein Reflex Gib mir einen Reifen Danke Zing Komm her, bitte Dich brauche ich bestimmt, ne? Dann würde ich ja sehen Rein hier Äh Ne, 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 ne Den brauche ich hier nicht Doch nicht Oh Gott Oh Gott, das war knapp Wow, Freunde Das sieht ziemlich heikel aus Ich kann hier nicht langfahren Denn der Wind, der pustet mich Entweder runter oder hoch Naja, ich bleib immer lieber oben Wow Toll Ich nehm lieber den Feuerball Komm her Danke Bam Wow, wow Ich werd runtergedrückt Wow, wie übelst doll Bam Bam Oh Mann, wie komisch Ist das Level denn aufgebaut? Übelst so sternmäßig So, okay So, Sternenallee, ne? Wow Ich bin toll Verkackt Nochmal versuchen Das scheint bestimmt Das Geheimnis zu sein, oder? Wow Daneben Was? Was? Badabam Okay Ich muss das irgendwie Anders hinbekommen Hm, Freunde Wie mach ich das jetzt am besten? Ist doch nicht möglich Hm Ja, das ist nicht möglich Oder? Weg mit dir Ist es möglich? Ich weiß es nicht Es ist nicht möglich Es ist nicht möglich Hoffentlich ist das kein Geheimstern, Freunde Hoffentlich ist das kein Geheimstern Das werd ich ja sehen Entweder leuchtet es oder es leuchtet nicht Hm Oh, Mensch, Freunde Das ist ja dann so krass Schwer zu bekommen jetzt, ne? Hoffentlich nicht Bitte nicht Bitte nicht Geil Hier blieb Die Tür blinkt nicht mehr Das sieht gut aus Das scheint gut aus zu sehen Wow Das ist ja geil Das Level kann ich noch Das ist aus Kelbys Adventure Level 1 oder nicht, oder? Durchwaschen Yeah Dieses Level mit dem Feuerball Ist doch ziemlich nice, oder? Alles noch geil Schwarz-Weiß Außer die Gegner Das ist mal richtig geil gemacht Oder nicht Die Musik ist auch so ein kleiner Remake Das ist nicht die originale Musik Von damals Sondern die ist geremaked worden Das hört man raus Geile Muckke, Mann Die ist so nice Und man die erinnert mich noch Richtig an früheres Kirby's Adventure Zeit Noch das erste Kirby Adventure Das ist ja allgemein Der Kirby Adventure ist allgemein ein Remake Von Kirby's Adventure Freunde Habt ihr das überhaupt gewusst? Ich glaub ja Weil Ich hab da nämlich Vor kurzem ein bisschen Recherchiert über dieses Spiel Und Geht gut ab Ohne Mist So Kanone, geh weg Bada-Bam Achso Hey, ich will da rein Hey, ich will da rein So, geht doch Danke Geh weg Yeah Geile Muckke Oh yeah Oh yeah Ist irgendwie Geheimweg Werden wir sehen Bairn Bairn Oh, ich will's geil Yeah Wahnsinn, Alter Das Level kann ich auch noch Yeah Oder ist es immer noch Ein und dasselbe Werde ich sehen Nein Und die letzte Level Yeah Das scheint doch das letzte zu sein, oder? Hoffentlich Einmal mal durchfliegen Wow, wow, wow Was geht mit dir? Deswegen waren auch irgendwie Eine Maxi-Tomate Bada-Bam Aber immer doch nicht Das letzte Bada-Bada-Bada-Dada Durchflaschen Und dann weiter Und hier los Und dann ist Alles erledigt So, da unten geht's nur Ein Tod rein, glaube ich Bada-Bada-Bada Bam Bada-Bada-Bada Aber hier gibt's noch Ein Geheimnis, Freunde Das weiß ich noch Aus Kirby Dings Aus Kirby's Adventure Hier in dem Mond Das weiß ich noch Das weiß ich noch Yeah Zing Cool, ne? Also, das ist immer Oberhammer Bada-Bada-Bada-Bada Bada-Bam Iwana-Up Und Maxi-Tomate, bitte Bing Bing Obwohl ich schon voll bin So, und rein hier Und jetzt noch einmal Das Level beenden, bitte Bada-Bam Oh, ich liebe das Level Irgendwie will ich hier nicht rausgehen Die Musik ist so fröhlich Ich mag sie Bada-Bam Bada-Bada-Bada Bada-Bam 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 Raus Haha Schnell Oh, man, wie der verkackt Auch wieder nur zwei Punkte Naja, was soll's, egal Bada-Bam So, und jetzt Was haben wir denn jetzt? Ah So Jetzt ist alles freigespielt, Freunde Alles Ich hab nämlich immer gedacht Hier umschalte ich irgendwie was frei Aber irgendwie war hier in keinem Level was Oder warte mal In ein paar Level waren was Aber irgendwie drei, vier, fünf War nichts Ich dachte Oh Gott König Nickerchen Übelst hält Musik so Ich kann das nicht beschreiben Ich find die übelst geil Ohne Mist Ohne Musik kann man nur ein Gänsehaut bekommen Weil die so geil ist Wow Gib mir den Oh nein Nein Du Sau Oh, keinen Stern bekommen Bäm Und noch ein Bäm Oh Gott Gleich hab ich ihn Ich darf mich nicht mehr treffen lassen Bada-Bam-Bam-Bam Boah, übelst Die Musik Die kann ich auch noch Aus Kelbys Funpack So ein bisschen Boah Wow, wow, wow Schnell weg, schnell weg Er darf mich nicht noch einmal treffen Dann bin ich da oben Boah Er kommt auch noch hochgesprungen Die olle Drecksau Egal Freunde, nochmal Ist ja schon viel Das ist Zeit, den Part zu bänden, Freunde Aber noch nicht hier jetzt eigentlich Ja doch, in ein paar Sekunden Komm, ich mach den noch kalt Dann mach ich im nächsten Part Den Final Kampf und sowas Ich hab auch nichts zum Kämpfen hier Ich hab nur Wisst ihr, was ich Warte, ich möchte nochmal zum Doch nicht Zum Eingang zurück Ich fähr zum Eingang nochmal Und hab mir die Schwertfähigkeit geholt Gerne Weil es wär Ziemlich Praktisch jetzt mit Schwert Und so Wow, wow, wow Geh weg Saug mich nicht ein Mit deinem Mund Du Olle Alte Sau Geh weg Mit dein Verfaulten Mund Wow Geh weg Und ich spring noch Ich flieg noch genau in den Reihen Ich bin so idiotisch Bam, bam Bam Wir ernähren uns Das Spiel Den Ende des Spiels Und so Und das ist übelst geil Dam, 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 dam So, den Endgegner Den weiß ich logischerweise Komisch noch Ich weiß, dass er irgendwie Wirbelung Ach, keine Ahnung Werdet ihr sehen Ich weiß noch, wie er funktioniert hat Oh, wow, wow Ich weiß sogar, dass man ihn Zweimal besiegen muss Wow Ja, genau Wie gemein Wie gemein Geh weg Wow, wow, wow Warum geht denn der so ab? Oder wenn ich ihn jetzt abkratze, ne Muss ich im nächsten Part weitermachen, Freunde Lass mich durch Okay, er fliegt wieder Wow, wow Na, toll Gut, Freunde Ich hole mir ein Schwert Hier, treff mich Freunde, ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Und ich Ja Ja, klatsch einfach König Nickerschen Und Den Endfight im nächsten Part Tschüss Bis zum nächsten Mal, Freunde Bye Bye